Was geht Leute? Mein Name loutet Danny Burnett und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es mal kurze, aber einer der interessantesten News, die ich jemals rausgebracht habe, das sind jetzt meine allerersten News, aber ich muss die einfach rausbringen und zwar seht ihr jetzt im Hintergrund ein Call of Duty Online Trailer, ja ihr habt richtig gehört, ein neues Call of Duty und ich habe das gesehen, ich freue mich einfach extrem, deswegen habe ich mich entschieden so ein Video zu machen, weil ich auch denke, dass es viele Leute erzählen wird, interessieren wird und ich denke, oder was ich wissen will, ist einfach wie eure Meinung zu diesem Video ist, beziehungsweise zu diesem Spiel und zwar in China ist ein neues Spiel rausgekommen, das nennt sich Call of Duty Online und das ist das Spiel, was ihr im Hintergrund seht und wie ihr seht, seht ihr zum Beispiel, sagen wir mal, eine MB2 Map Underpass mit Call of Duty Ghosts Waffen oder eine, sagen wir mal, eine Call of Duty 4 Map mit Black Ops 2 oder Black Ops oder was auch immer Waffen und das ist irgendwie so eine Mischung aus jedem Spiel, habe ich so das Gefühl, also es sieht extrem krank aus und ich freue mich extrem drauf, ich weiß nicht, ob das hier auch in Europa rauskommen könnte, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, dass es sogar auch in der USA und in Europa rauskommen würde, ihr könnt es sogar jetzt schon zocken, wie gesagt, es ist in China draußen, allerdings müsst ihr eure IP so ändern, dass es so aussieht, beziehungsweise, dass euer Internet, beziehungsweise das Spiel denkt, ihr befindet euch in China, also es gibt eine Möglichkeit, das jetzt schon zu spielen, allerdings würde ich das nicht empfehlen, weil eure Connection sehr, sehr schlecht sein wird, ich habe es schon mal gemacht und es ist unspielbar, es ist wirklich unspielbar, einfach weil die Connection wirklich so schlecht ist, dass ihr einen so großen Ping habt, es hat wirklich keinen Sinn und wie gesagt, ihr seht halt im Trailer hier gerade, zum Beispiel sagen wir mal die Map Favela mit Waffen, die es in MB2 gar nicht gab und außerdem gibt es noch einen Zombie-Modus, der wird irgendwie Robo-Zombies enthalten, also das sind keine normalen Zombies, das sind Robo-Zombies, das wird schon seinen Grund haben, wieso die keine normalen Zombies eingeführt haben, allerdings freue ich mich extrem auf dieses Spiel, mich würde nur interessieren, wie ist eure Meinung dazu, hättet ihr Interesse, dieses Spiel zu spielen und jetzt, passt auf, haltet euch fest, ich sage es jetzt, ich werde es jetzt loswerden, dieses Spiel ist kostenlos, also ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe oder so, aber dieses Spiel soll kostenlos sein, wenn ich falsch liege, bitte korrigiert mich, aber ich verstehe auch nicht, wieso, ich weiß, ich verstehe das nicht, wieso, ich meine, das soll für PC sein, es gibt sogar schon Gameplays davon, wie gesagt, das spiele ich ja in China draußen und ja, ihr seht auch Call of Duty Online, ihr seht auch zum Schluss des Trailer dann noch und ja, es ist wirklich krass, ich freue mich drauf, wie ist eure Meinung dazu, wenn das Spiel rauskommen würde, würdet ihr es euch holen und ja, ihr lasst eure Freunde davon wissen, ich denke, jeder sollte davon wissen, teilt das Video auf jeden Fall auf Facebook und auf sozialen Netzwerken wie YouPorn und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen, das waren meine allerersten News, Leute, ich bin eigentlich nicht so der Newsgeber, aber ich dachte mir, ich mache mal sowas, weil, ey Leute, ich bin ausgetickt, ich wisst ja, ich bin eigentlich ein Call of Duty Fan und von Call of Duty Ghosts war ich doch nicht so begeistert, wie am Anfang und jetzt höre ich hier sowas, dass so ein neues Call of Duty rauskommt, da bin ich natürlich sofort ausgetickt und musste sofort natürlich ein Video dazu machen, ist natürlich eine sehr, sehr geile Erfahrung, freut mich auch sehr, sehr, muss ich ehrlich zugeben und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen und ja, lasst ein Like da, teilt es mit eurem Freund und abonniert jetzt meinen Kanal für mehr Videos von mir und um nichts mehr zu verpassen und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, tschüss!